Mh, bin ich immer gespannt. Natürlich. Na klar. Wo ist mein... Halt, halt. Wo ist mein Karabiner? Warum? Jetzt hätt ich ihn gebraucht. Jetzt hätt ich ihn scheiß Karabiner gebraucht. Alter, ich hätt den Karabiner gebraucht. Hallo? Ja, warte, das nehmen wir mal mit. Ich weiß ja nicht wofür, aber nehmen wir mit. Da ist mein Karabiner wieder. Ja, ich weiß, wir sind hier im Nahkampf. Ich verteidige Astrid. Auch von da? Nee. Alter. Das Ding rammelt ja richtig. Ich küt' keiner. Alles gut. Rest die Zeit. Ich küt' keiner. Ich küt' keiner. Ich füge auf. Soll ich mal hinlaufen gehen und looten gehen? Oder bist du soweit? Mach jetzt hier weiter. Was ist mit dir? Ja. Ja. Was ist mit dir? Alter, das sieht komisch aus. Naja. Hey, Fanta. Was? Du hast Fanta gefunden? Hast du was gefunden? Gut. Ich geh mal eben Munition holen. Ich komm sofort wieder. So, 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 so. Alles gut. Komm wieder zurück. Wo willst du lang? Nee. Nee, nee. Ist nicht dein Ernst. Halt. Nicht nach unten. Weil. Wow. Da brauch ich mal ganz schön viel Strom. So viele Lampen waren gar nicht an. Ah. Machen wir mal auf. Kann nicht schaden. Was machst du hier? Warum hast du den C4 mit? Was? Wo ist die Metallkiste? Umspannstation. Wo? Da und da. Alles klar. Äh. Äh. Moin. Moin. Alter. Könnt ihr mal bitte nicht... Wow. Bist du doof? Oh. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Ich tue dir auch nicht weh. Oh ne. Fuckelt der mich ab? Hey. Jetzt habe ich mir doch ein Feuer gefangen. Was muss ich denn hier machen? Ich muss hier irgendwas kaputt machen. Oh ja. Das ist Sabotage. Alter. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist Sabotage. Ich... Wow. Alles? Ne. Ich bin nicht da. Hier ist keiner. Ach, kacke. Was? Das ist dein Ernst? Das ist doch nicht dein Ernst. Hier ist bestimmt noch wieder so ein Flammenprikot, oder? Ne? Ja. treffpunkt mehr spring ruhig darunter macht was machst du denn bist du doof ich hab dich doch getroffen wir fahren einfach eine runde ski kommt auf geht's haben wir ja normal alles schon sauber gemacht hallo ich hab keine zeit wieso lässt ich mich nicht durch was ist mit ihm ich bin mir nicht sicher wo dann sorry ich hab keine zeit muss den lift kriegen ist es schon spät tschüss wieso 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 was müssen wir denn jetzt unsere fahrgarten ach unsere oh nee es reicht es reicht noch tot Oh Gott. Wir haben verloren. Was geht? Was geht? Was macht ihr jetzt? Nein! Au, wie kann die nur? Wie kann die uns hier runterschubsen? Aua! 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 Wir müssen den Tornister zum toten Briefkasten. Alles klar. Aua! Das tut weh. Wir müssen uns beeilen. Haben wir die Schia mitgenommen? Nein, ich glaube nicht. Aua! Aua! Oh, ich habe keine Zeit. Warte. Du Arschloff! Einer verdient gerade hier! Ich habe keine Zeit. Ich muss mich wärmen. Aua! 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 Was ist das? Ja, die nehmen wir mal auf. Können wir uns eine Suppe mitnehmen? Aua! Ne. Geht nicht. Okay. Die Spitzhacke, die können wir mal mitnehmen. Was haben wir denn da hingelegt? Ach, das Messer. Oh! Wir haben jetzt... Oh, alles klar. Können wir die auch werfen? Ich probiere es nicht aus. Ah, jetzt ist mir wieder kalt. Oh, ist das kalt. Mein Gott. Oh mein Gott. Hallo. Kacke. Ah, es ist aber so bitter kalt hier, ey. Fuck, ich muss hier rein. Da vorne ist bestimmt viel wärmer. Ey, scheiße. Nee, geht weg. Guck woanders hin. Ah, es ist so geil. Kalt. Ja, da vorne ist eine Wärmequelle. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Boah, es ist so kalt. Alter, guckt euch mal unsere Waffe an. Die ist auch schon komplett eingefroren. Was hat der denn hier fallen lassen? Alter, ist die verrostet? Sind die alle verrostet hier? Ja gut, wir wollen ja nicht direkt schmelzen, ne? Die Richtung, auf geht's. Vorne steht einer. Was? Shit. Was? Hunde? Wir sind aber nicht Hunde. Nee, come on. Nee, nee, nee. Hunde nicht. Warte, kann ich damit fahren? Wann kann ich damit nicht fahren? Warte, hier stand irgendwo ein Gewehr aufheben. Okay, da vorne nehmen wir noch die Konditionen jetzt. Und in die Richtung müssen wir. Oder machen wir vielleicht ein Karabiner oder was? Nee. Scheiße, ist das kalt. Alter, ist sie hier? Ja, ich hab's gehört. Du hast fuck gesagt. Scheiße. Wo ist denn? Das sieht nicht gut aus hier. Wo ist das? Da riecht's. Da riecht's. Da riecht's. Spring halt hin. Okay, okay, wir haben's. Oh mein Gott. Ist das kalt. Oh mein Gott. Wie ist das kalt. Durchatmen. Zusammenreißen. Nein. Wir gehen ja schon. Nein. Nein. Es ist hell. Wir gehen. Wir gehen. Wie. Es ist so kalt. Ich... Kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh nein. Oh nein. Ich kann nicht mehr. Oh nein. Oh nein. Es ist so kalt. Ich bin müde. Alter. Ich schrei mich halt an. Sehr gut. Dann steh ich auf. Aber ich seh nichts mehr. Ich muss laufen. Da vorne ist irgendwas Helles. Ich glaube eine Hütte. Ich bin müde. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Es tut mir leid. Aber ich muss mich aufwärmen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh nein. Oh nein. Erstmal schlafen. Erstmal schlafen. Shit. Ich hab verschlafen. Ich hab verschlafen. Ich hab verschlafen. Und die Post ist noch da. Hey. Was ist das überhaupt? Oh no. Oh nein. Wenn ihr fertig ist, wird sie die Kraft für die ganze Stadt gescheitert. Aber sie können nicht glücklich sein ohne Wasser. Millionen von Leben liegen jetzt in deinen Händen. Ich habe meine Mutter und mir, Solveig. Sie ist jünger als sie sind, und sie ist besser als andere. Leben ihres, und Leben für alle unsere Kinder. Es ist abhängig davon, dass Wasser nie mehr in Tyskland ist. Da haben wir wohl noch ein bisschen was vor uns. Okay. 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 Fertig mitreden? Ne, 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 doch, doch. Schön. Vielleicht haben wir so eine Pimperswaffe. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns demnächst wieder. Und dann machen wir hier weiter. Aber für heute ist hier wirklich Feierabend. Bis dahin. Ciao.